So meine lieben Freunde, wir probieren heute mal ein neues Spiel aus, nennt sich Spark Rising in der Early Aces, scheinbar war es um 5.0, bisschen sehr verwirrt, gibt keine Menü-Sounds, aber naja gut, sind mir auch nicht wirklich sicher was es ist, das werden wir jetzt einfach mal so live rausfinden, ja wird schon, wird schon kaputt, ui, das war laut, 8991, ja mach sehen, Bisschen leiser machen, ja Für alte Buddys Was zum Hänger aus dem Buddy Um, fucking fuck Okay 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 Oh Das ist so das gewünscht gewährdi münzen Eis? Eis gepust Ok Das ist jetzt Das Leben Leben Münzen Kannst du die Münzen Ein Schlüssel Äh Kleiner Schlüssel Wie geht aber kein Ok Oh Gott Ähm Oh Oh Wann Oh 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 Wann alles schießen was sich bewegt es scheint hier zu viel zu sein ja noch größer die Fiecher was ist das? was ist das? ich bin mir aber immer noch nicht sicher was hier passiert was ist das? 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 war das? war ja war ja die müssen holen wenn wir die bringen eine große, sagen wir 66? ah, eine 5 noch eine große wahrscheinlich ich da hoch der oder was? ah, ich stehe da von Monitoren wie gesagt, ich sollte auch mal die rechte Seite vom Monitoren angucken die Stojoni kann ich nicht fliegen wo kann ich da hin? wo kann ich da hin? ich bin da hin Ich bin gerade... Ein kleines bisschen... So, da brauchst du den Gegner drauf. Äh, absolut nicht. Hey, stopp! Tchao... Das war's für heute. Schöne Boost einsammeln und die Münzen natürlich auch nicht vergessen. Hm. Schöne Boost einsammeln. 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 Ja,colg Leidung. Bob Perth ertbowl. digging in. Ein bisschen rumlaufen, ja. Dann rühren wir die kleinen Kollegen da mal. Dieser Waystone nicht leuchtet. Was soll es denn sein? Ah, eine Münze. Nehmen wir mit. 118. Es könnte natürlich auch der Waystone bleiben, oder? Was ist denn das? Vielleicht haben wir das angefangen haben? Was ist das? Hier? Ich will das jetzt einfach mal aus. Oh! Das ist aber es funktioniert. Jawohl. Ich will das. Aus. 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 So, was ist dieses lustige Licht, das wir gesehen haben? Ein großer Boost oder was? Ah, ha, ha, Enter the Western Complete. Apache World Scorpion 002. Okay. Keine Ahnung, aber zwei große Münzen. Oh, da merkt ihr es. Da sind sie drei Stück. Na gut, gehen wir mal zur Welt. Für alle Budys. Für alle Guys. Da sind die Budys. 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 Guck mal. Ein stark das im Budys. Guck mal, wir fahren hin. Dramat. Warte mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein! Okay Rüssel! was aber du mir bringst we get up okay halt überdies auf jeden Fall sind da keine Buddies da ist gerade ein Baum gewachsen sieht von hier aus äh blickt super das Teil ok er schaut gar nicht da kann man inzwischen wieder ein bisschen monizieren oder was dann geht er einfach mal runter jetzt nicht vielen Dank was ist das was ist das war 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 Das ist geil, das ist ein 6er Das ist jetzt aber ein blöder Geist Ich weiß es immer noch Nachladen, nachladen, nachladen Funktion Toll Das ist eine große Herausforderung Schluck Sperr Sperr WR Sperr 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 Parallel Sperr 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 oh ich habe ich 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 oh Auf jeden Fall mag ich mit diesem Lippen Pysaum zu tun. Oh nein! Jetzt haben wir nicht aufgepasst! Verdammt! Was? Ohohohoho Okay okay Meine Güter Wie geht's dann von vorne los? Will ich jetzt schon mal kurz testen? Wir spielen jetzt keine Runde mehr Welt K.A.D.E.N.A. Aha Ich wünsche ihn haben wir auch wieder. Es ist einfach ein wenig Einmal hier Ich bin so nett Es ist einfach ein wenig Einmal hier Ich bin so nett Es ist ein bisschen merkwürdig dieses Spiel, aber wir werden schon einen oder zwei Runden mit dem Kreativ-Mod. Kreativ-Mod? Nicht Test-Mod. Ich bin hier in UK. Oh, das testen wir ein anderem Mal. Das würde ich erstmal sagen.